Am Ende jubelten die Spanier. Die U21-EM in Italien ist vorbei. Und doch geht es jetzt für die Stars von morgen erst so richtig los. Denn gleich mehrere Hochkaräter konnten sich mit guten Leistungen auf den Transfer-Wunschzetteln namhafter Vereine spielen. Sollten die großen Klubs Dani Ceballos noch nicht auf dem Schirm gehabt haben, obwohl Ceballos bei weitem kein Unbekannter ist, dann doch bitte jetzt. Wirklich viel Spielzeit kriegt der 22-Jährige bei Real Madrid nämlich nicht. Vielleicht profitiert er vom großen Umbruch bei den Königlichen. Sollte das nicht der Fall sein, haben ihn die beiden Mailänder-Teams Inter und AC schon auf dem Wunschzettel. Auf ganze 311 La Liga-Minuten für Real kam Spaniens U21-Kapitän Jesús Vallejo. Der Innenverteidiger hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen. Eine wichtige Stammkraft wird er in absehbarer Zeit dort aber trotzdem nicht. Auch deshalb soll eine Rückkehr nach Frankfurt im Raum stehen. Und auch Dani Olmo soll bald in der Bundesliga spielen. Zumindest wenn man Leverkusen nachfragt. Bayer hat sich aber einen mächtigen Kontrahenten ausgesucht. Denn Barca möchte Olmo, der dort in La Masia ausgebildet wurde, wieder zurück nach Spanien holen. Bei den Starspielern des Gastgebers hat sich nicht sonderlich viel getan. Federico Chiesa soll bei den Bayern immer noch ein Thema sein, sollten Sané, Dembélé oder Pepe nicht nach München kommen. Und wie üblich, in Italien soll sich auch Juve mal bei dem Flügelmann mit dem 60 Millionen Euro Marktwert erkundigt haben. Stürmer Moïse Can wird der alten Dame wohl treu bleiben. Aufgrund der bärenstarken Konkurrenz auf seiner Position geistert eine mögliche Laie aber immer mal wieder durch die Geschäftsstelle der Bianconeri. Ajax und Everton hätten ihn gerne als zentral-offensiven Fixpunkt. Eine der Überraschungen dieser EM ist sicherlich Yannis Hachi, Sohn von Ex-Superstar George. Gleich mehrere Top-Clubs möchten ihn nach seinen starken Auftritten schnellstmöglich verpflichten. Borussia Dortmund hat aktuell wohl die besten Karten, aber auch Barca und Ajax haben mal angeklopft. Beim Revier-Rivalen ist Dodeluke Bakio ein nicht mehr ganz so heißes Thema. Die Schalker scheinen sich nämlich mit seinem Ex-Fortuna-Teamkollegen Benito Rahman einig. Deshalb schaltet sich jetzt Leverkusen in den Poker um Belgiens U21-Flügelflitzer mit ein. Und Luque Bakios-Verein Watford wildert in der Bundesliga. Denn Mainz' Franzose Jean-Philippe Matheta soll bei den Hornets Interesse geweckt haben. In Gladbach hat Frankreichs U21 auch mächtig Eindruck hinterlassen. Flügelstürmer Marcus Thuram und Innenverteidiger Moulin Saar sollen die Franzosen noch in diesem Sommer verstärken. Im Doppelpack würde die Borussia einen echten Kuh landen. Ganz im Stuttgarter Mexiko-Style Pavel Pardo und Ricardo Osorio. Einer der Stars des französischen Teams könnte die Bundesliga hingegen verlassen. RB-Verteidiger Dayot Upamecano ist das Objekt der Arsenal-Begierde. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt aber als unwahrscheinlich, weil der 20-Jährige ungern auf die Champions League verzichten möchte. Die Gunners laufen in der kommenden Saison eben nur in der Europa League auf. An eine Europa League-Teilnahme war in dieser Saison auf Schalke nicht zu denken. Deutschlands U21-Stammkeeper Alexander Nübel soll dennoch von einer Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrages überzeugt werden. Angeblich sei sich der Mini-Neuer aber längst mit den Bayern über einen ablösefreien Wechsel einig. Deshalb scheinen sich die Schalker die Dienste von U21-Keeper Nummer zwei, Markus Schubert, zu sichern. Dessen Vertrag ist in Dresden bereits ausgelaufen und während der Zeit in Italien hätten ihn die Nationalmannschaftskollegen wohl schon mit Glück auf begrüßt. Über einen Abgang des EM-Torschützenkönigs macht sich in Freiburg hingegen gar keiner wirkliche Sorgen. Klar seien etliche Vereine auf Luca Waldschmidt aufmerksam geworden. Laut Freiburg-Sportvorstand Jochen Sayer sei es aber sinnvoll, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. RB Leipzig soll sich als erstes bei den Breisgauern gemeldet haben. Unter 10 Millionen Euro geht in Sachen Waldschmidt aber gar nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017